Tirols SPÖ-Chef hat durch Skandale und magige Sprüche bundesweit Bekanntheit erlangt. Die Pandemie hat dafür einen Imagewandel genutzt. Der soll ihm nun zum Sprung in die Landesregierung verhelfen. Der SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer hat sein Ziel für die Tirolwahl bekannt gegeben. Er will auch dann Landesparteivorsitzender bleiben, wenn die SPÖ in Opposition bleibt. Ich möchte einen klaren Zweier anstreben. Zu dem stehe ich. Das ist mein persönlich formuliertes Ziel. Sagt der SPÖ-Tirol-Chef und Spitzenkandidat Georg Dornauer im Hinblick auf die Landtagswahl am 25. September in Tirol live, dem Online-Talk der Tiroler Tageszeitung. Dornauer blieb zudem dabei, dass eine Zweier-Koalition die vernünftigere Variante sei. Laut jüngsten Umfragen matchen sich die Tiroler Sozialdemokraten mit der FPÖ um Platz 2. Das Grazer Meinungsforschungsinstitut GMK im Auftrag der Tiroler Bezirksblätter sagte der SPÖ 14 bis 18 Prozent voraus. Im Jahr 2018 hatten die Sozialdemokraten 17,25 Prozent erreicht. Eine Umfrage des Gallup-Instituts wiederum bescheinigte SPÖ 19 Prozent. Sollte es die SPÖ nicht in eine Regierung schaffen, will sich Dornauer nicht auf sein Amt als Bürgermeister in Sellrhein zurückziehen. Ich würde mich mit meinen Freundinnen und Freunden in der SPÖ beraten, ob wir mit mir in der Oppositionsarbeit weitermachen sollen. Und damit nicht genug. Unter Bürgermeister Dornauer passiert viel. Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch für die Kinder, leistbares Wohnen als erfolgreicher Anreiz für Zuzug und zwei Wasserkraftwerke für die Energiesicherheit. Bei der Runde durchs Dorf präsentiert er stolz, was geschaffen wurde. Dass Dornauer als Politiker von der Skandalnudel zum Verantwortungsträger mutiert ist, attestieren ihm auch parteiinterne Kritiker. Gerade unter den SPÖ-Frauen und dem linken Flügel hatte er wenige Fans. Aussagen wie jene in Richtung der damals erkrankten grüne Soziallandesrätin, die er sich nicht in der Horizontalen vorstellen wollte, zementierten dieses Bad-Boy-Image. Seine Erläuterung beschreibt er so. 2019 war ein Skandaljahr. Daran gibt es nicht so schön zu reden. Das war manchmal auch lustig, aber heute überwiegt, was ich daraus gelernt habe. Die beiden Pandemiejahre nutzte er, um sein Image zu ändern. Beim Landesparteitag Anfang 2020 präsentiert er den überraschten Genossinnen und Genossen seinen umfassenden Plan für den Kulturwandel in der Tiroler Politik. Ihm wurde klar, dass es nicht nur wichtig ist, bekannt zu sein, sondern wofür man bekannt ist, erzählt hier ein Partei-Insider. Dornauer hat seine Dissertation zum Thema Ursachen und Hintergründe für die Hegemonie der ÖVP in Tirol verfasst. Genau dort will er nun politisch ansetzen. Vom nachhaltigen Tourismus, Kooperationen auf kommunaler Ebene, Ideen für Pflege, Bildung und soziales reicht sein Programm. Dornauer will damit in Regierungsverantwortung, heißt es parteiintern. Wie bei der Jagd hat Dornauer auch politisch das Gewehr gegen die Schaufel getauscht. Statt auf Querschüsse setzt er auf konstruktive Arbeit. Ob er sich erneut selbst eine Grube gräbt, wird die Zukunft zeigen.